die erste hälfte war ganz schön einseitig mal sehen ob es jetzt mehr gegenwehr gibt defensive ist gut organisiert da kommen sie nur schwer durch mucancho da kann ich stoppen herrlicher pass von ibrahimovic mit dem schuss verfehlt er das ziel doch sehr deutlich zu so ibrahimovic jetzt ist er vorbei schlecht verteidigt ballverlust jetzt die freiheit und so kannst du den torhüter natürlich nicht vor probleme stellen auf dem flügel ist jetzt platz modric muss er machen das war knapp ganz im gegensatz zum spießstand endlich mal eine gute aktion sonst geht ja wirklich nichts zusammen sie holen sich den ball jetzt gibt es hier vielleicht die chance zu so slater herrlicher pass von ibrahimovic ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel casemiro mal die die jetzt modric tiago silva am ball der versuch gute aktion andersson taliska die mitspieler kommen ihm zu hilfe und ibrahimovic so konterschance vielleicht jetzt und nun mascherano zu so klären zedorf jetzt ibrahimovic jetzt ganz gefährlich werden das hätte eine gute gelegenheit geben können aber jetzt ist der ball weg super dazwischen gegangen andana witsch das und jetzt die chance schönes zu spiel es gibt eckball es tut sich was an der seitenlinie buschi hier gibt es jetzt den wechsel ja casemiro wird das spiel also jetzt verlassen jetzt die ecke der torwart geht da gar kein risiko ein faustet den ball weg das ist seedorf mit der ende der 2000er jahre war klären seedorf auch wieder enorm erfolgreich beim acm eiland viele titel geholt ganz wichtiger spieler uefa champions sieg weltpokal und man hat immer wieder gesehen dass er einen erfolgsgarant war konnte sie wie kaum ein anderer sofort in jeder mannschaft zurechtfinden und eine führungsrolle übernehmen ball bei ibrahimovic luka modric perisic ja da fehlte einiges zum toerfolg so das war's für ihn der trainer nimmt ihn aus der partie und gönnt ihm den beifall und das völlig zu recht er hat heute wirklich eine klasse leistung gezeigt chance verzeiht die kugel ist weg ronaldo er ist frei da kann was aus werden er läuft ganz allein aufs tor zu aber macht ihn nicht zu so kein tor er verhindert hier den treffer unglaublich was für eine parade die ecke könnte gefahr bringen modric führt aus lieber geht auf nummer sicher faustet diese ecke erst mal weg perisic die chance ein unfassbares tor und da macht er gleich sein joker tor klasse wie er sofort da ist 3 1 heißt es also jetzt das wird jetzt abschluss geben fränky de jong modric der ball ist draußen es gibt einwurf zu so sanetti herangabe jetzt das sah gefährlicher aus aber der ball ist erst mal weg gibt es jetzt die gelegenheit ganz wichtig in dieser szene der verteidiger holt sich den ball der ball ist weg und jetzt könnte der gegner angreifen tiago silva gleich wird hier gewechselt die gäste werden einen frischen mann bringen perisic marcelo am ball da ist jetzt platz schön dazwischen gegangen ballverlust geklärt von malini jetzt unterbricht er jedes spiel ja weil da ein spieler liegend geblieben ist das sieht nicht wirklich gut aus good you 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, geht weiter mit Schiedsrichterball und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld.